habe ich schon mal auch ein bisschen ist jetzt noch ein helikopter zugekommen und mich hier fahrscheißern das beste ist wenn ich jetzt einfach draufgehe ja, oh nicht dafür wenn du diese scheiße helikopter loswerden ist das eigentlich zu viel verlangt ich muss doch eh irgendwie mal hier zur ruhe kommen geht doch mal verfolgt dann kriegst du hier noch einen helikopter zum arsch die ich abknallen kann um Position zu bekommen da läuft noch einer mit APG hoch, oder? hier ist auch noch andere Munition ah, eine APG-Motion habe ich jetzt bekommen so, der wird die APG-Motion für mich haben also Primo ist bereit so und dem ist ja schon mal los dann haben wir hier zwei Schuss also für den reichen, oder? was? was? ich hab wieder einen APG da ja ich hoffe, ich treffe nämlich das Fels auf halt still ja, endlich meine Fässer endlich haben wir Ruhe meine Güte hat eine schwere Geburt hier alles klappt so da ist Munition jede Menge Munition wieder bisschen nachladen äh ähm okay, ich glaube ich habe hier aber die Ruhe dass ich hier, äh mich wegporten kann und jetzt hier weitermachen aber erstmal hier wieder hin mal eine Schnellreise machen wenn ich den heute um ihn das fahrzeug echten Kann ich jetzt nur die beiden Puzzle auswählen? Hier war ein Panzer. Hier ist kein Platz für Abolös. Okay, dann bin ich an dem ÖG. Ähm, das Ziel soll ich vielleicht auch noch mal hier. Beste Route. Alles anvisieren. Bist du gerade am Meckern? Ja, hier ist ein Panzer vor dir. Der Kalito. Das ist eine Legende. Was macht der? Der ist am Hupen. Was? Rau ab hier! Mann. Bumm. Sau ist auch geil. Das ist jetzt auch ein Panzer. Der ist freundlich. Wenn wir tatsächlich die Fabrik angreifen, muss ja auch gut gehen, oder? Oh Gott, sonst habe ich keine Schütze, weil sonst habe ich halt meine eigene Leute da zu machen. Oh, bleibt der Fall. Das heißt, Panzer nicht stehen. Oh, ist jetzt stehen geblieben. Das macht natürlich keinen Sinn. Also hier, ab ins Feld. Oh. Boom. Das war wirklich effektiv. Bin ich jetzt hier mit dem Panzer nicht dran. Oh. Noch ein bisschen Schaden. War mir erwischt. Oh. Ah, wir gehen jetzt schon überlastet. Ja, die Säune, ja, die kann ich einreißen. Okay, das ist schon, das ist schon ein bisschen Schaden. So ein bisschen Schaden. Mal ein bisschen was geputballern. Ach, das ist Sinn, auf diese Tanks zu schießen? Schaden. 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 Ich will den Scheiß voll... Was ist denn dieser... Was ist denn der Modus davon? irgendwie das kann doch nicht sein, das ist doch sonst kein Feuerstoß das ist ja knapp so jemand gewesen sein, den ich schon gedruckt habe, von dem will ich ja, vollschluss jetzt habe ich es schieße auf die hier so, was müssen wir jetzt hier überhaupt machen so da haben wir ja schon alle mit dem Panzer gekürt, die hier sind ja warum sind die immer dann nicht tot ey, werden die noch gerettet ja weg hier also, das gilt nur pro Schalter da hier ist Senior McKay, hier ist hier der Manager, rufen sie mich sofort an, ich will wissen was da verdammt noch mal vor sich geht da, Nummer 2 ist auch kaputt ja, Verstärkung von den Feinden oder von uns ja, ich kriege tatsächlich Hilfe ich meine Feinde hier hier noch auf den Hebel hier 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 ist jemand gleich dadurch anrufen kann die anderen und die die doch da sind ich habe gerade anderes zu tun So. Yo, yo, ich hab's geksack, ich hab's geksack, ich hab's geksack, ich hab's geksack. Okay, wir sind fast fertig. Du hast die Pamela zerstört, aber es weitet noch das Toxiflow-React-and-Ultra-Filtration-Down-Stream-Osmometer. Das Toxiflow-React-and-Ultra-Filtration-Down-Stream-Osmometer. Du findest es im Lager. Das hab ich bereits geöffnet. Sie sollte doch... Helikopter-Problem haben wir mal schneller gelöst. Oh! Hätte ich beinahe abgeknallt. Gute Arbeit mit den Wetten. Jetzt reichen wir das Herz an. Batsch! Batsch! So. Will ich hier irgendwas tun? Glaub nicht. Hey Oma. Oh, das reicht. Ich hoffe, ihr bringt das in Ordnung. Wenn das diese beschissenen Libertatspinner sind, hetzt ihn eure Soldaten auf den Hals, ja? Ich glaube, wir müssen den Behälter schädigen. Jetzt hab ich geschnallt. Ah, komm. Da haben wir richtig gespielt. Boom! Hey Oma. Nicht schlafen. Boom! Ich hab' ja gedacht. Ach, der geht doch nicht so die beste Idee. Teacher Ron. Nee, die Oma ist schon wieder. Hä? Jetzt brenn ich auch noch. Eilen! Eilen! Ey! Ah! Oh, immer nach hier, die Leute. So. So. Irgendwie sind in der Entfernung. Und... Koma. Geh' doch endlich mal raus hier, damit ich... Schön mit dem Schild, der drauf rumbleiben kann. So. Da hat er endlich mal ne Leute hier retten. Teacher Ron. Geh' auch. Das kannst du später. Oh, ich glaube, wir haben das Problem gelöst. Die Oma. Ich hab' nicht mehr von dich! Auf dich! Was du am Rucksack? Sag in die Oost zu einer blühenden Zukunft! Du hast es geschafft. Du meinst wir? Du... Meret es nichts Ende. das helikopter abgeschossen haben nur ja ja problem gelöst das helikopter abgeschossen